Also der ist der Bläser, der Trompetist und jetzt nimmt, wie ich gehört habe, manchmal, manchmal Knob Harmonie in der Hand. Hören wir es an, was er uns vorführen hat. Der will Zitterklingewalzer spielen und eine Walzerfantasie, was er zusammengestellt hat. Also Wesselowski Gabor, der Enkelsohn von Zeman Stefan aus Nadasch. Wesselowski Gabor 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 Wesselowski Gabor